Hallo meine Lieben, ich bin die Viviana, moderiere ja inside by Viva, solltet ihr schon alle wissen und demnächst wahrscheinlich auch interaktiv, also wir werden uns häufiger sehen, aber wenn ihr schon mehr von mir erfahren wollt, dann könnt ihr auf www.viva.tv draufklicken und da gibt es eine ganze Menge, also viel Spaß.